Hallo und herzlichen Willkommen zurück zu Minecraft. Am Bruder geht es nicht so gut und das hat sie jetzt auch gerade nicht so gut angehört, deswegen musste ich das abbrechen. Hab ich natürlich nicht bedacht, als ich den da erlaubt habe mitzumachen. Es musste jetzt alles rausschneiden, musste jetzt die, hab es abgebrochen, musste jetzt nochmal neu anfangen. Wie das halt, ne? Ähm, naja. Es ist jetzt ziemlich langweilig vom Farmen her, aber we need this stuff. Also können wir damit ein paar geile Sachen machen, weil durch den Carpenters Block können wir da recht schöne Kombinationen formen. Und das kann noch ziemlich geil werden. Wow. Das ist ein ziemlich großes Vorkommen, muss ich schon sagen. Ähm. Ja. Ich sollte mal, wie gesagt, mal wieder ein neues Begriffserklärungsvideo rausbringen, aber mir fehlt halt einfach ein, noch ein Wort. Ein einziges Wort fehlt mir noch. Ich hab schon ein Wort, aber ich brauch noch eins. Als das einigermaßen Interesse interessant sein kann. Im Moment hab ich die Klattnische Klangfigur. Klattnische. Ähm. Ich brauch aber noch eins. Es wird halt das Klattnische oder Klattnische. Wird halt C-H-L-A-D-N-I-S-C-H-E geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich könnte noch einen Begriff aus der Astronomie verwenden. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin grad hart am überlegen. Und ich muss ja auch noch ein Thumbnail dafür machen. Ah. Naja. Es geht eigentlich alles relativ gut von den Thumbnails her. Mithilfe des, ähm, von Skates Thumbnail Tool. Das ist extrem praktisch. Richtig krank, wie gut das funktioniert. Und das kostenlos ist vor allem. Das ist noch verwunderlicher. Nein. So. Ähm. Ja. Ich werde jetzt nicht zu sehr attackieren. Also es geht mein Schmett kaputt. Alter du. Kleiner, mieser, kleiner Scheiße. Du kleiner, mieser, kleiner Scheiße. Ja. Ich werde das hier abbauen. Willst du mir denn mal so ein Giant oder Big Sword machen? Wie auch immer das heißt. Es birgt doch so einige Vorteile. Zum Beispiel du hast das Escad, hast du endlich ein gescheites Schild. Big Sword. Big Sword. Heißt das? Genau. So. Wie sieht eigentlich der Kabelstein aus? Scheiße. Okay. Mal schauen. Ich glaub nicht ja wie es mit den Hochöfen funktioniert. Ich hab das immer noch nicht verstanden. Ähm. Oh oh. Was ist das denn? Wie ich aus dem Zoom wieder hier rauskomme. Naja. Was ist das denn? Let's see. Mal schauen was das ist. Egal. Du trisst mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Ich kriege ja gar kein Schein. Stimmt ja, Cloud Boots. So. Platsch. Nee, doch nicht. Ist ja raus. Sehr gut. Hoch. Danke. Nein. Räder. Räder, das ist nicht nett. Heilige Mutter Gottes. Wie schnell bin ich kritisch schon gerade gestorben. Und ich war wieder richtig emotionslos. Alter. M. Minus. Ah, da. Peinlich. Ich habe gerade die Aufnahme beendet. Indem ich es wieder größer machen wollte. Es ist wirklich nichts passiert. Es ist direkt hinten dran. Es könnte vielleicht jetzt auch ein kleiner, in Anführungszeichen, lag. Also, es sollte ein bisschen hinten dran hängen. Ich glaube, das sollte jetzt für die eine Folge in Ordnung sein. Ich glaube, ich ende dann gleich mal die Aufnahme, auf die ich mir das Zeug geholt habe. Ähm. Um das wieder sozusagen in den Lot zu bringen. Alter, was habe ich denn heute? Was ist denn gerade los? Nichts funktioniert hier. Ey. Jump. buildings. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand das Lied Jump kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Jump kennt. Würde mich ja interessieren. So Da Übrigens leid, dass ich das dann verkackt Dass ich das mit der Saunenspur vorhin verkackt habe Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm Ich habe ja die meisten Action Den habe ich ja noch da behalten Oh nee, warte mal Wollen die doch nicht doch Gottverdammt Hoffentlich kriege ich jetzt nicht zu sehr aufs Maul Ich frage mich, ob man die Tastatur hört Das habe ich noch nie darauf geachtet Weil die ist ja doch eigentlich relativ laut Die K90 hier Was ist das denn? Okay Ne, da gehe ich erst rein, wenn ich mein Zeug habe Sieht schon geil aus Ja, Mann Es lebt Mein Zeug lebt Es lebt Es starb nicht den Heldentod Ne, da ist nichts Auch nicht Rössi anziehen So Und Schnell was essen Wo sind sie denn hier Von außen So Okay Wo ist jetzt der andere Hä, wo ist der hin? Ich bin so dumm Okay Wo ist jemand gespawnt? Ich hab's gehört Ich hab es gehört Da ist einer gespawnt Stürm 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 Okay, ein Eisen Super Boah Das hab ich mir schon immer gewünscht Ja Klasse Nicht Ins Wasser Ne Braucht er nicht Scheiße Ist mir mal übelst aggressiv Ich glaub da könnte ich mich später drum Irgendwann mal So Er kriegt mich nicht Er kriegt mich nicht So Schnell nach Hause teleportieren Smooth Ich glaub ich müsste mal löschen Und zwar unten hinsetzen Aber egal Ähm Glaub ich ja wie gesagt Hab ich ja die Frau rein Die Frau Eingesperrt Damit sie jetzt nicht so Verreckt oder so Okay Da ist eine Hacke drin Da haben wir das und das Da machen wir Das Zeug Oder? Ne, wir haben die erst So Bleibt jetzt auch so lange drin Bis ich Ähm Das Haus gebaut hab Weil ich möchte es einfach nicht riskieren Dass sie gleich stirbt Denn wir sind erst Frisch bei mir Sie hat noch nicht Für die Flitterwochen Und die Truppe gekauft Deinstalliert Naja egal Okay Wie sollen die Formen werden Mal Ich kann nicht mehr so hoch Nein Nein So 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 Okay Wir wollen Das ist ein Scherz Okay Wir wollen dann ungefähr hier den Turm hin Und relativ breit Ich bringe hier so ein Ding Hm Dann bauen wir den Turm hin Dann geht das so in die Richtung Den Turm hin Genau Äh Jetzt brennen wir erst mal den Das Zeug hier Haben wir noch Kohle Nein Äh Nein Ja Ähm Wir holen uns dann Noch einen Ofen Schnell Haben wir zum Glück Perfekte Cobblestone Anzahl Als wenn ich's gewusst hätte Habe ich aber nicht Wobei Doch hab ich Hab ich Ich hab's gewusst Mhm Hab's gewusst Ähm Dann Können wir hier das hier schon mal Entnehmen Äh Dann kann Spruce Woods Genau Machen wir hier noch die Marvel Bricks Weil wir daraus jetzt Treppenstufen machen Also jetzt hab ich richtig unnötig viel verbraucht Ist ja richtig geil hier Ah scheiße Ähm Dann Hab ich Normales Ich hab' ich voll unnötig viel davon verbraucht Mann Ach scheiße Ist auch falsch Was mach ich denn hier Ähm Hier Kommt dann der normale Stein hin Dann haben wir die Axt Da haben wir die Axt rein So Und äh So Und dann nehmen wir erstmal hier die Bricks Dann müssen wir sozusagen als Fuß Als Als Äh Einweg Also Eingang Boden Äh So Ich will nicht so später rauslassen Ähm I'm glad you're back Warum bist du stolz Dass ich wieder da bin So Dann Das Stein Das Zeug Das Zeug Äh So Da und da Und dann nehmen wir hier das Dings da hin Das Holz das hier da hin Oder Ja Und äh Mit dieser Wunderwunderschönen Nicht-Einstellung Äh Verabschiede ich mich jetzt erstmal Und ähm Ja Ciao